Hallo? Ja, da hat es Palms hier. Palms. Alle? Ja. Ist nicht scheiße, ist viel laut. Geben wir es Retail oder Palms? Weil Leon hat Retailmarkt. Ok, jetzt ok. Ah, Leon hat Retailmarkt jetzt. Leon ist wieder den Kölner, oder? Nein, wir haben alle Kölner. Ja, ich habe es wieder der Spitze hinter. Ok. Wir haben alle Kölner. Wir können es im Laufe der Runde mal ausmachen, wie du weißt. Meilen 240er bin. Bitte aus dem WLAN gehen! Jetzt holt das schon wieder. Bitte aus dem WLAN! Ok, jetzt geht es. Danke! Aber aus dem WLAN! Bitte! Ah, jetzt geht es wieder. Jetzt geht es dir einfach mit, Alter. Mhm. Klar. Ja, scheiße. Drei Zuschauer? Jetzt geht es ein hoher Schwarz mit. Schwell landen wir im Hotel, oder wo landet es? Ich lande so in Kassas. Landet einfach mit Hotel, weil du ziehst dich durch. Okay, zieht dich durch. Das hat mir noch nicht abkremt, den ganzen Tag gezogen. Die haben immer noch keine Waffe. Die haben immer noch keine Waffe. Tobias! Hallo! Achtung! Das will ich! Gott besser weiss. Ich muss es nur mehr beschrieben werden. Schau her! Schau! Ich bin Simon frei. Und jetzt bange ich trotzdem weg, wenn du unsere Scheiße schreibst. Ok, ich wollte gerade Waffe geben, aber im Ganzenfall. Wenn du mein Haus lootest. Hey! Alten noch. Rück! No pischli schwein. Fuck, ich will sogar. Da! Leo, komm her, komm her, Leo! Ah! Ah! Ja, danke! Schrei, Lexi! Was ist Lexi? Na, sorry, ich habe verwechselt gerade. Was? Bei mir der Gegner. Wo bist du? Oder glaube ich mal. Ja, da ist schon einer. Ja, bei mir einer näher Gegner. Geil, 180er Ding. Weißt du, du hast den gleichen Skin wie Leo. Oh, einer Noct! Oh, einer Noct! Warte, warte! Oh, einer Noct! Oh, einer Noct! Ich bin in immer weniger mit tobias ein spiel simon der nachricht mit aufrufen und wenn du schreibst logt meinen kanal aber er hat mich schon aus dem hotel da oben ja klar treffen sie wie können die mich treffen meinen 300 jockey infakten muss treffen die bitte alter bei mir ist noch mal einer er pusht die kriegen wir ja ich fand sie weg ich kann nichts machen ich kann nichts machen können leon hinter dir hinter dir hinter dir über dir hinter dir über dir und rechts lukte dir so geil das ist ein wlan boah alter lukte dir so tobias steil mission tau tobias tobias lukte dir so ja moin diga das ist dir alter lukte dir so uuuuuh gleich kitzschweiß bruch das fackschweiß so und ich weine und es tut schweiß grad blässt du hast aus dem wlan aus dem wlan aus dem wlan sorry if you don't be like this sorry sorry ich tic zu mich Sorry, ich bin nicht mehr da gewesen. Das war ja geile Scheiße. Die Zuschauer denkt, gell? So muss es sein. Was? Fünf Leute. So muss es sein, oder? Ich hätte es gut gemacht. Wer spinnt? Ja, spinnst du? Ja. Das ist ein Film, weil es auch was macht. Ja. Ja, weil es gibt... Ja, die muss zusammenschneiden. Da gibt es schon mehr, oder? Rage quits von Schuh-Schuh. Aber wie viel Kriss kräft man braucht? Keine Ahnung. Ja. Jetzt geht er ins WLAN und guckt Video. So ein Pisser, Alter. Jetzt muss ich noch schrei aus dem WLAN. Ja, juckt mich so. Schrei Satz, das jetzt ist. Das fackt schon wieder so ab. Ja, wahrscheinlich Satz, Alter. Ja. Wo ich gerne mache. Ich habe hier nur ein Hundertfünfzig, okay. Ja, wahrscheinlich gar nicht tilted, oder? Nein, Alter. Ja, zwei Ries kriegt zwei Junk, okay? Aber, last. Ich gehe zu den Heiser. Ich gehe. Ich gehe mit Whaling Woods. Ich gehe mit Whaling Woods. ... und dann gehe ich mit Whaling Woods. ... und dann gehe ich mit Whaling Woods. Es ist riskant. Achso... Der hat es auch Sachen. Dann hat es auch schon anderen Heiser. Das sei over. Du willst jetzt mehr gegen Whisky, oder? Ja, fix. Aus dem WLAN! Ich schreit um, dass du übersteuertest. Aus dem WLAN! Das ist doch keine Funde. Wir haben nur Lama gefunden, auf dem Hausdach. Ich komme so weit zurück. Geile Lama. Ich stehe auf dem Hausdach, auf der Spitze. Normalerweise bin ich Gokula. Gokula, Rorili, du! Hey, was machst du denn? Ich bin jetzt zu weit genug geflogen. Genau, du bist weiter geflogen. Es gibt gar keinen Sinn, was du gesagt hast. Ich bin nicht weit genug geflogen. Aber du bist von den Heiter vorbei geflogen. Ja, wir wollten dann noch ein Hinterführer. Ich habe nur Arschloch. Ach so, es hat nur Arschloch. Ach so, es hat nur Arschloch. Ach so, es hat nur Arschloch. Ich habe nur Arschloch. Ich habe nicht aufgemacht, Arschloch. Fick dir Arschloch. Was? Ich lud nix. Ich will noch bei einem Cybercell ein halbwegs was kann. Ich will nur Lins dann verrecker. Das ist alles. Komm, komm. Komm, komm. Ich kann irgendwann Minis mitnehmen. Danke. Ja, ja, ja. Willst du die Lille rüberlegen? Nein. Willst du dir? Tobi, jetzt willst du dir? Ja. Ich brauche den Deck. Ich habe noch keinen. Das ist meine Küche. Das ist sogar ein bisschen unten. Danke. Untersteck und Untersteck. Also, ich gebe jetzt mal Minis bitte. Ja, da hinten. Äh, ja. Ich mag einfach einen Taschenpurg. Sturmgewerner nicht schon. Ich mag einen Taschenpurg. Magst du einen Taschenpurg leer und es ist nur für sie? Ich bring dir mal nicht. Wer hat das geschrieben? die Du weißt doch nicht weg weg. Ich bin weggeflogen, weil... Ja, da noch nicht weg. Wieso? Schau, ich bin fast. Schau. Schau. Wieso? Der hat sich nur die Sense wollte ein. Nein. Sprache nicht. Nein. Eine geile Spitze, die es in Fortnite gibt. So? Sprechheisen, gell? Ja. So, Tobias und tust es dir wieder. Sprechheisen? Ja, Tobias und uns sind gewöhnt. Du kannst es hin oder Tobias? Ja. Ja. Hat es mir gerade gesagt. Darfst du noch was machen? Ja, das war das Raubüberfall, Ding, oder? Ja. Digga, wir haben sie gesehen. Gleich gesagt, Digga, die müssen wir fixen. Ich, dann haben wir es gesagt, wo mein Ladeskonzert gab. Was? Digga, die ist geil. Die müssen wir haben. Raphael, ich habe zwei Minis, wie du versuchst. Ja, bitte. War schlecht, oder? Ne, und kann ich deine Mades, also danach nicht mit tun. Also gar, falls wir ein Revolver will, ich habe noch einen Lilane. Nein. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Er hat mit mir geredet. Ach so. Ja, Raphael, wer redet bitte mit dir? Heizen wir euch. Trotz. Rildock. Ja, bei denen läuft alle, da bei denen ist so durch und so. Alter, ich bin fast schlecht. Bei dem Haus im oberen Stock. Was ist da? Ja, die Minis, alter. Alter, du kuschstisch. Du auslöchst. Ja, dann lass sie halt die, die geht so viel. Alter. Ich will jetzt paar Zombies fahren. Das war gerade noch viel, vielleicht, gell? Ich hab's ja auch noch. Geil. Ich glaub, gibt's, gibt's Zombies im Turnier? Ja. Ja. Wir müssen los, das geht so um, Kind. Da ist, äh... Ich bin schon bei Zombies. Oda! Muss! Nimmst du mir bitte! Nein! In der Quad! Tobias, wirst du mich fahren. Ja! Nein! Nimm mich mit, Tobias! Alter, fahrt an mir vorbei. Bitte in die Umbringung. Wuhuu! Wuhuu! Oda geh Michi abholen, da ist Schwarte weg. Ich hol Michi. Das macht Leon. Okay. Neon, du kannst einen wunderschönen fahren. Gehst bitte den Feuerring holen, den Himmel. Ja, mach's! Nein! Tja, ja! Was hast du denn, Scherb? Neon, die Himmel, lass das denn mieten. Na, komm, steig auf. Komm, wir fahren. Ich will mir jetzt vor mit dem Kölk. Ja. Alter, Wichse, Alter, schlafen. Jetzt. Allo fällt hier. Park schon mal wieder her. Die einen hat die Zombies gefahrt. Der ist leider. Eber, fucker Zombies, Alter. Fuck! Hä? Lol. Wie heißt, wie viel... Wie viel Wurf... 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 Das ist eine Kategorie. Schlimm jetzt. Michi. Was? Fahrt er mir? Ja. Was? Kann ich jetzt die ganze Runde füllen? Bist du Fahrer? Nein, fahre. Ich mag aber den Slowpot drin. Nein, danke. Danke. Mir ist ein Spiegel. Ich fahre doch ein Sohn um mich. Okay, ja. Es ist karl. Es ist karl. Du, da. Ja, ich... Alter, ich war fuhren. Ich hab sie auf den Schlafmarsch. Ich glaub, das sei geregnet. Nein, das ist gut. Ich hab nie. Sorry. Alter, schick sie doch. Was wollt ich, du Schrauben? Jetzt fangst du doch nicht wieder mit dem Scheiß so. Ich wollt sie, Alter. Beruhig halt mal. Ja, das hat ich beim Nächsten mal schon gemerkt. Ich hab nur noch 300. 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 Ich hab nur noch 200. Steig in, steig in. Aber das hat jetzt den Stress. Ich hab einen Checker gekriegt. Du hast einen Zombie. Oh, das war das. Ja, ja. Kannst du... Kannst du... Ich hab einen Platz frei. Ich hab einen Platz frei. Ich hab einen Platz frei. Niemand hat einen Platz frei. Ich hab einen Platz frei. Verschießt, verschießt. Also, okay. Ich hab nur den Check. Er lebt nur. Ja, warum Minis? Kann ich mitnehmen? Da oben liegen noch Minis. Ja, der hat Checker drauf gesammelt. Da hinten sind noch 6 Palettis. Ich hab ja oft. Hast du das Glück gesehen? Faul mich. Was? Ich bin noch in die D-Nachbote. Ach so. Ach so. Doch. может, ich lass Football Man hacen schon mal die R dichter. Ich weiß, wie man dann sitzt da hinten rein? Ja, ich läge was. Dann weiß Loch. auch Villain��요 dance noch. Es ist eine Kiste! Lass sie mich hier an! Fahrt doch nicht weg! Lass sie mich hier an! Ja... Michi! Genau! Alter, was ist das? Warum zieht das bei dir immer auf die Pfanne hin? Für mich ist das, dass es 2 und 2 immer klarer sind. 4 und 3 ist das Beste, aber... Die sind von dem Vorstand immer weg, Alter! Jetzt sind wir auch eine Gange, Alter! Nein! Wenn wir einen Quatsack sonst stehen lassen... ... ist 37 Leute! Niemann, oder? Du bist jetzt schon hier, Alter! Ich hab grad voll Wernig geöffnet von mir! Da! Rasier welche! Nimm halt... Hey, hey! Lass sie mich mit! Lass sie mich hier! 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 Alter, warum kann ich den Scheiss? Hat es hier noch ein Handy? Lass sie mich hier! Das ist ja leid vorhin. Ja, mit Träma, ja. So schon zuvils. Ich tat gern... Ich tat nur noch gerne Artzomi mitnehmen, aber nachher Klage wieder Rüstung was. Achtung an die Typen lege so hart, Alter! vor links und vor rechts einer das hat das zombies oh mein gott ja stimmt aber lassen sie lassen sie vor ins kuschen oder annon der maxx von mir Nein, ey, ey. Ah, ich will mich jetzt machen. Ja. Er geht auf den Finis, du gell. Wir sind ja schon so vererbt, Leute. Rafa, wo bist du? Der Typ wollte durchziehen. Warte, ich springe dann nach, der wollte durchziehen. Äh, bleib halt. Nein, ich springe mit nach. Ich bräuchte nur hinterm, gell. Rafa, das hat voll viele Leute. Er springt nach dem Auffall, oder? Irgendwie so, wie er spielt da gegen den Lauf. Was machst du? Aua, aua, aua. Und der Wettkarte, aua, aua. Ich hab mich selber. Aua, du bist ein Hippie. Ah, du bist ein Hippie. Was? Alter, die haben grad Dombies, die fähig. Ja, Junge, Alter, weil die fünf Dombies in einem Raum sind, die nur noch 30 Kappé gecaten haben. 30 Kappé und 50 Dombies sind, ich bin so geschwungen. Was verstehe ich nicht. Ich mache X, weil ich alle fliege und das mache ich falsch. Ja, aber es war da zwei fetter. Die zwei fetter machen gleich viel. Die zwei dünner. Nein. Jetzt? Nein, ich mache auch Schade, das ist fast, ich habe keinen fetter. Wieso machst du den Scheiss falsch an mir auch? Das ist alles gut, wenn du mal feiern kannst. Nein, ich mache dich zu. Komm jetzt mal meine Fähigkeit. Gott sei Dank. Wie lange bist du jetzt eigentlich jeden Tag bei den Pferden? Mhm. Wie lange bist du jetzt eigentlich jeden Tag bei den Pferden. Ich sage schon bei den Pferden, oder? Mhm. Wie lange bist du denn hier? Er sitzt mit der Zahme als Klon-Leste Zeitung, oder? Nein, ich sitze auf sie drauf, scheisse auf den Kopf und mache eine Leste Zeitung. Du schaffst, der Staat sich auslacht. Ja, und lass mich. Kann der Kraftprau eigentliche Falle mit Gas? Die Krater 5,4! Den Autor Lu-RIB-Hebron Lamarche zu kauf S3 zu S3 zu S3 zu S4 zu S4 zu S3 zu S3 zu S3 zu S7 zu S3 zu S4 zu S4 zu S4 zu S4 zu S4 zu S2 zu S1 zu S3 zu S4 zu S4, mir kauf S4 zu S4 zu S4 zu S4 zu S4 zu S4 zu S4? Aber eigentlich hattete eher einen echten Dienst in sovielaut er a Was zu S4 zu S3 zu S5 zu S3 zu S4 zu S5 zu S4 zu S4 zu S33 zu S4 zu S3 zu S4 zu S6, der S3 zu S5 zuS-S4 zu S4 zu S4 zu S5 beantriegen, aber eigentlich wollte jen ke Absurd. mit doch vielleicht die wissen was sie haben als von meinem eigenen mannig heute jeweils ob ich meine mutti frage kredite 20 euro verplästigt hat man muss das abende pokenzagen man sollte das mit dem finger zu sagen die schlager die schweizer gewaltig über die jugend bringe da stehe 20 euro das ist noch mal witzig ja alle seid die alte da jetzt verreckt es alle Ich wollte gerade sagen, jetzt verriegte ich keiner noch hin, aber ich bin so 50 Leute weg, obwohl es noch 7 war, aber egal. Hey, wir machen! Das ist jetzt nichts. Möcht mal die Taschenweiss. Ja, wo ist die Pipa? Ach so. Ich will gar nicht hinzufangen. Ja, ich weiß. Ist das meine, oder? Ja. Ich könnte sogar Fahrwechsler. Sei es so leid. Ja, und jetzt seid ihr zuerst. Nein, oder? Nein, ich bin so leid. Nein, ich bin so leid. Das ist wie gesagt. Jetzt erwischt du auch, bevor ich zum Jumboe bin. Ja, bei mir. Ja. Tötet sich alle Level-Opa-Töten. Ja, und ich bin neu geflogen. Gott, dann. Ich bin in diesem Räuber-Töten. Ah! ... ... ... ... ... ... ... Was ist in der Tat? Ja, was er hat er? Ja, was er hat er? Ich hab auch noch mal Zup, oder? Zup Ich darf nicht mehr Zup 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 Mal ganz schnell Oh CEO Manufacturing Hey Hallo Hah Mus magical Hör mir doch von mir schritten. Ich muss schon wieder Kantei schicken. Das ist jetzt mit Pfeil und Pogat. Wie? Fakt halt was. ich habe eine grüne AR ich habe eine blaue ich habe eine goldene Skar ich weiß ich habe eine goldene Skar ja ja eben deswegen habe ich gefragt ich habe eine grüne Arme halb Katastrophage der Bogen ist so geil weil er einfach unendlich Muni hat das ist das geilste wer hat gewischtet super geht ja moin digga es war leid 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 ich war leided Es war leid es war leid es macht läird uns einmal die Und in der Car. Leon, hast du keinen Mann da? Dankeschön. Was, Joel? Alter, ich nehme seine blaue Erinnerung. Gib dir mal Geld in das Car. Sag, hast du keinen Mann? Und er hat auch keinen Joel. Da hinten kommt eine fette Sau. Er ist ja tot. Wo ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich habe ihn weggekriegt. Ja, nein. Du hast schon mal gerade ein goldenes Car von mir gekriegt, gell? Lass die Zombie-Sono-Falten. Hold on. Du hast den Gegner gekriegt, Alter. Du hast den Gegner gekriegt, Alter. Nein, das ist meine, ich weiß. Du hast eine Granate ins Link gebaut. Du hast uns gesehen. Alter, ich wüsste. Mein Bruder legt mich so scheiße und auf. Du wüsste. Mein Bruder könnte in mein Zimmer erinnern. Mein Bruder könnte in mein Zimmer erinnern. Labert mich voll alt. Und dann kann er ihn mal aufräumen, wenn er gehört. Der Pump kann ein Taktiker gebrauchen. Wo ist Tobias? Ja, wenn er ein paar... Ich weiß, ob er ein paar... Ich weiß, ob er will. Bei mir ist nur ein blauer Erfler, wenn er will. Nein, ich weiß nicht. Ah, du... blauer. Jetzt mach ich mal hin. So lang es karpare dazu ist auch gespaßt. Was ist das schöne raus? Leon! Ich rufe von mir da. 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 wo? Wie immer bleibt zu eng. Alter, weil ich A set. A set. Ja, Kalā. Wie so. Ja, halt mal Alexa, das haben wir getrabt. Muss man mich über Polizeiκ ja ich sage ich bin oder kann ich mit ich bin ruhig jetzt halt mal alter die ohne raststall baus und ohne grund alter wer schlacher raffel ist noch Wieso bin ich das Arschloch? Weil jetzt Cosme da ist. Verschwelle. Wir haben eigentlich schon zusammen ausgelandet. Und dann schwelle ich dich. Wir haben das gleiche genommen, als wir es jetzt genommen haben. Kann ich jetzt sagen, das ist schon weg gewesen. Nein, das ist nicht weg gewesen. Ich habe eigentlich gerade in die Luft gesetzt. Das ist lang. Raffel, du hast ja die Luft gesetzt. Ich bin nicht in die Luft gesetzt. Doch? Ohren schreit. Was? Ohren schreit. Hä? Ja. Hä, ist das so undeutlich, dass du rot bist, oder was? Haha. Nur ins Gegner. Oh Mann. Ey Raffel, wohl. Fertig. Mann, wieso? Wieso land ich so scheisse auf Behinder, Alter? Ja. Ah, rechts hat's. Ich dachte, du wärst. Ich habe voll den fetten... Flach? Alter, nur noch 6 HP. Ich glaube, der Typ hat den Heavy-Snipe oder so, hat mir vorher nicht fressen gewixt. Alter, wäre Spaß, ich schüss mit dir ab. Ah! 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 Digga, einfach hinter! Ah, ne, 1 shot. Ah, ne, 1 shot! Pass auf! Oberins, oberins, oberins! Oberins! Ja, bei mir krieg ich nicht alles, oder? Ja. Guck, schade. Ja. Was ist der Sniper nur wieder? Überall, Alter! Das fang so schön so ab, Alter. Tobias! Ah! Wack, wack, wack! Na, du halt die Wand weg, du Vollidiot! Er geht hin und her und sagt, wack, wack! Leer ihn da, leer ihn da! Stopp, ne, also das ist zwar viel besser. Boah! Ey, bau uns zu! Ich kann aber auch oberins bauen. Hä? Mann! Ey, 1 shot, 1, 1 shot! Nee, da spiel es noch. Oh, ich bin jetzt gleich wieder. Ich bin vorug, ey! Ich bin vorhin! Ich bin vorhin, ich bin vorhin. Ich bin vorhin, ich bin vorhin. Ich bin vorhin zu mir. Bis dann! Der kann ja nix machen! Mit der Lack! Alter. Das war schon eine Rache, du weißt. Ja. Haben wir jetzt schon drin? Ja, fünf. Hä? Ich habe irgendetwas Ragnarok gekriegt. Welches Lebe bist du? Hä? Ich habe irgendetwas Ragnarok gekriegt. Ich bin Max. Hä? Hä, welches Lebe bist du? Ich sehe es nicht. Ja, du bist Max. Ich bin Max, du ja. Aber ich bin immer leveliert. Warte kurz. Äh, cooler gibt es die Chance. Level 31. Äh, cooler gibt es die Chance. Level 31. Ich weiß nicht, dass sie das Internet hat verkackt bei ihm. Kann nicht sein. Ich habe keine Party verlassen. Ja, und? Okay. Naja. Hier gibt es einen neuen Team. Ich habe eine Art Team, oder? Teams mit Zombies. Teams mit Zombies. Teams mit Zombies. Es geht darum, an. Also, Leon. Leon. Ja, klar. Was soll ich sagen? Was soll ich jetzt auch kuscheln bei Oberaufträten? Kuscheln bei Oberaufträten. Wer ist der Typ? Ja. Wer? Der sucht noch nicht. So kenne ich mit den Möglichkeiten. Ich habe ihn aber noch nie gespielt. Wer hat wen? 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 Und die Täter wir mit dem Begriff haben wir. Wer hat viele Rechte? Geh das jetzt zu mir oder normal, oder? Aber normal. Ne? Ich bin ein Chigi-Chaga-Chuga-Ben. Ich bin ein Controller, der so nicht so ist. Ich bin ein Chigi-Chaga-Chuga-Ben. Eher Double C Viel Spaß, Tobias Was für Spaß Oh, hab ich schon Das ist ein E-Lang, ja Das wird jetzt Snapchat die ganze Zeit Das ist ein E-Lang, ja Da ist ein Biggie Die wechselt Kontrolle, das ist nice Alte, scheiß Zombies, Alte, Pistezing, halt Brauche ich das in Biggie, ne? Look doch, der kann ich nicht abstürzen, wenn er da drüben Und wer ist da? D� Es läuft nicht, Daphne Er schnipet mich! Wo wo? Schalkraut oder so? Ah fuck. Alter, fag ich sterben jetzt. Tobias, fahr ich mal bitte. Wo bist du, wo bist du? Da, Alter, ich geh mich an. Digga! Beide noch mehr. Okay, da muss ich mich an. Alter, geil, da liegt doch der Digga, voll da immer laut. Was? Was ist? Das nächste ist eigentlich jede Runde auch, oder was? Ja. Aber du kannst es. Trotzdem ist es jedes Mal ein Spaß dabei. Wir wollen es schaffen, eine Gruppe? Keine. Wolle ist eine Gruppe mit 4 Leute. 19 sind so übrig. Achso. Halt die Waffelschips. Tobias, das ist so. Das ist richtig, Alter. Der fühlt's, Alter. Der fühlt's. Ich waffe schon mal. Das ist voll geil. Wolltest du Salz? Salz. Na. Na, echt egal. Ich fang Milch rein und er sagt Salz. Scheiße. Salz. Kranji, tschüss. Garnji, tschüss. Egal, du musst nachberietern. Alter, du bist ein Idiot, Alter. ich bin so hoch wie sieht der llama ich bin vollidioten der fliegt der luft sehr viele vollidioten ich hab dir richtig ab wollte ich will kommt Das ist richtig laut, der Sand. Du laut. Hey du, fackst du echt ab. Wie kannst du noch so eine Scheisse kaufen? Hast du nicht die Sente? Oh, scheisse. Das ist normal. Ich bin sauer. Ja, das ist jetzt so scheisse lang, Alter. Schell auch noch. Achtung runter. Ja. I knew it. I knew it. Du mein Sau! Ah! Kann er nicht kurz? Hast du wohl ein Kitz? Ja, wahrscheinlich. Alle finischen. Kitzung. Achter Hits! Alter, das ist doch ehrenloser. Sorte Rage Cripp. Es heizt sich Speech. Du wirst so schreit. Speech. Es heizt sich Speech. Speech? Schwell, was sagst Speech? Peach? Was das heißt? Speech. Gesprochen. Oder Speech, Sprache, keine Ahnung. Speech, ja. Es heizt sich Speech. Speech. Gib dir das, Alter. Machen wir das. Jetzt hast du einen Piratenschiff. Wow, der Erdschon, Alter. Wow. Da ist im Chat. Alter, ich ruf mich schon. Ich ruf mich schon an. 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 Oh ja. Oh. Ich ruf mich schon an. Ich ruf mich schon an. Ich ruf mich schon an. Ja. Ich ruf mich schon an. Alles, was ich dir ausriee. Immer. Ich ruf mich schon an. 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 Papenha! Papenha! Bitte, Brenz! Bereit! Warteschlange ist voll, fickt die doch! Warum kann da jetzt Rafi nun um Räder? Da scheiße, ich bekomme. Da schützt Rafi! Für Rafi und Rafi. Rafi ist ja Punkt 3. Adam ist der Chi. Kappa ist ein Chi. Schmeckt's? Weiterer des Lama! Los, Befehle! Zack. So, jetzt sieht man das so. Ich muss auch nicht so gut sein, Julian. So, jetzt sieht man das so. 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 Ich muss die Runde sagen. hallo also scheiß wird es nur alter scheiß nirgendwo nacht an kristen für den markt und chancen babbel war schon früh flieg am jahr hat endlich jetzt wieder wieso sagt schreit nichts mehr, weil er zockt. Er zockt mich hin. Ja, das ist ein Typ, das ist so. Achso. Okay. Du bist so wehr. Ah, da müssen sie hin. Jetzt geht es viel lang. Du bist, woher fliegst du? Ja, da, woher fliegst du. Ich stelle mir nicht so viele Fragen. Was? Warum wachst du noch Busch im Haus, Alter? Hey, Raphael, magst du ein anderes Haus, gell? Ein anderes Ding? Ich habe einen Chance und da gibt es ja noch etwas anderes. Ich bin auf der Burg. Jetzt will ich, Alter. Stinkt halt am Stank zu. Jetzt mal, Mann, ne, und jetzt gibts mal aufs Maul. So, das muss ich die mal fertig machen, Spielwiese. Ich kann mal ruhig versorchen. Ja, ich will nicht, aber gegen mich. Ich will das nur jeder probieren mit den Taschen schief. Ja, ja, ja. ai, ja. Das ist doch gar nicht. Aber... Das ist nicht schwer. Ja, das ist echt nicht schwer. Und Tobias, du hast doch eine Show in den Zugang gebaut. Es ist, es geht, es ist, es geht. Masel hat doch die schlimmsten Sachen gefangen. Der geile Power-Tabula, was findet er am Locker? So ein vierreckiger Klozer. So ein vierreckiger, fetter, hässlicher Klozer. Ich wollte einfach zeigen. Leon Raffa, wasch, der war noch getrunter, der letzte. Ja, ich war einfach so gezünder, weil man auf den Sack gekommen ist. Das ist also geil. Du hast halt in Minecraft Zeit. Irgendetwas hat er bei meinem Haus getrun, glaube ich. Nachher ist er so gezünder. Ich glaube, der hat dann so gezünder. Na, ich glaube, meins hat niemand da gezünder. Doch, du selber. Ja, na komm mit Lava. Krass. Tja. Mit meinem verfickten behinderten Kamin. Michael, halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Sagt. Babbelt. Kinde das überall. Ist irgendwie Nele-Videos, gell? Alter, die Behinderung von Zombie. Sagt vormundschlag gegen den Scheiß. Gegen der Star-Wand. Was ist los? Gegen der Star-Wand. Nein, das Zombie. Sagt vormundschlag gegen die Star-Wand. Machst du das ich da immer? Ja, ich bin da... Fick dich! Ich bin da... Jetzt, wenn du da hinten bist. Ich shake halt dann. Ich geh mit dem Taschenriss. Mach mal. Also wenn du jetzt mit dem Taschenriss gehst, bist du ja komplett behindert oder so? Nein. Ich wollte eigentlich sagen, ich geh mit dem Ding, mit ähm... Wer will Minis mitnehmen? Mit dem Riss halt, was auf der Karte manchmal ist. Aber, aber es bringt es. Ich geh jetzt zu mir und zieh mit dem Teil durch. Ich hab einen Seitenriss, komm doch du zu mir. Er hat einen Riss! Michael, du hast einen Riss raus! Scheisse! Entschuldigung, Schlitze raus! Entschuldigung, Schlitze raus! Ich hab mal ein Schlitze raus! Ich hab mal ein Schlitze raus! Wenn du verstehst, was ich machen! Na eben, ich frage ja nicht, ob du einen! Nein, ich muss glaube, ob du eine Hauptsache hast, weil du... Du musst langs und dicks! Wie? Eine Flosse! Du bist ja zu, oder? Die Flosse! Du bist ja zu, oder? Du bist ja zu, oder? Du bist ja zu! Dicksche, dicksche, dicksche! Gusch, gusch! Hey, weisst du das ja? Was hast du mit Markus? Du! Was für gruselte? Da steht drei! Drei, komm! Wo? Ich kann mich auch holen! Was? 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 Auf was? Aus keine Na, du hast nur Du hast nur gesicht, kaile alter Ja, du kaile also kein gesicht Na, ich kaile mein gesicht mit dem Holzball Kasschen, kasschen, kasschen Ja, du Das ist gratu alter Weitig, du bist das, was du Ey, das ist keine Sorge doch durch turniering stellt fucking voll gecheckt dass er umkommt leon leon kann man kann die einrufe oder ich kann schon mal irgendwo und dann aktiviert die leidung der gärten zu tun ja ja sagt sagt man halt ok ja jetzt Jetzt... ohne äh... Nein, Liki. Du fährst mich. Hä? Verletzion zu da oben. Liki, hast du auch einen Quad? Nein, ich war auch ein Quad. Alles okay. Du hast jemanden Medikitt oder so? Ja, aber kriegst du dich. Schick dich. Ja, komm her, gibst du dich. Ich habe nur wenige Rebels. Ich habe drei Medikitt, ich kann ihn für jeden. Kannst du mir auch was geben? Danke. Ich war genau daran, ich habe den. Ah, kaputt. Ich habe einen Quad mit dem Quad, mit dem Auto, mit dem Einkaufswagen, wenn er darstellt. Hey, ich will den Medikitt? Ja, ich will den Medikitt. Ja, ich will den Medikitt. Tja, mit Pulserbarten. Komm, aufh... Das ist los. Das ist playGEYS. Das hält mir verdient mit Pulsern schade auf der? ich habe ein kleiner na zum bis nach einem jahr Ich habe die Golde mit Double Fallen. Nein, auch nicht. Ich spiele sie zu gern. Ich habe zu leben. Ich bin da schon! Nix! Teil im Bau! Alter! Alter! Oh, das ist der Fisch! Oh, das ist der Fisch! Ich bin ein Blutstabler, ich hab mich nicht geworfen! Ich bin schon! Entsich allein, du wärst! Ich fahr zu denen um, ja, okay? Ja, ist der Fisch! Ja, ich bin da schon. 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 Oh nein. Oh nein. Brauchst du jetzt auch? Ja, der ist nackt noch. Digger! Wer hat's da? Ja. Aber du bist das Auto stärker? Oder seid ihr so mitgefahren? Ich bin da auch mitgefahren. Steig in, steig in, Michel. Ich fahr um mich. Ja, mach. Da ist einfach Pfeiler. Oh nein. Ja, da hättelig Todesgeilerloot. Ja, da hättelig Todesgeilerloot. Ja, hier ist ein Pfeifen. Oh mein Gott, das war der Pfeifen. Ja, das war der Pfeifen. Ja, ob sie ein Pfeifen sei oder nicht. Also, ich lasse das Karin einfach liegen. Schau. 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 Oster, Nord-Oster sei auch nicht. Ja, das ist auch. Schau. Schau. Du wirst es nicht? Ja. Ja. Ich wollte eine Schleifung mitnehmen. Ich wollte eine Schleifung mitnehmen. Lass mich ein gehen, Alter. Ja, ich lebe mich ein. Achso, jetzt seid ihr auch nicht flogen. Ja, wir haben einen Taschenrisse. Alter, das war's nicht schon vier. Oh mein Gott. Schwieder. Ja. Alter, ich geh auf no risk, no fun, Alter. Wenn ich still bin, ist es egal. Ich geh jetzt von hinten pushen. Ja, bleib da runter. Seid vor hinten. Alter, zwei bleiben da und zwei pushen sie vor hinten. Ah, was ist das? Warum trifft er lieber? Der hat doch durchgezogen. Der hat doch durchgezogen. Die Fighten. Auf dem Feld, wo ich an der ganze steht. Auf dem Feld, wo ich an der ganze steht. Da, wo, wo, wo. Da, wo, wo. Du wirst, komm doch. Wo? Ich bin da hinten. Wo seid ihr? Leon, ich komm. Ja, ich komm auch. Ich komm, Tobias. Tobias, lass mich im Teil fliegen. Tobias, lass mich im Teil fliegen. Beschäftig sich im Hintergrund. So. Ja, das war's komplett. Was? Die Hanna hat g'nockt. Ey, was ist das, Alter? Die Warte-Uni. Zum Achtung am Berg, ganz tober, ist ja auch noch leid. Leon, ich land bei dir. Oh mein Gott. Leon, Achtung vor sich. Ja, ich mein, Jürgen gedraht. Er hat sich seitdem gebracht. Er hat sich seitdem gebracht. Er hat sich so da an der Seite gebracht. Ich nehme den Rocket Launcher. Ich nehme den Rocket Launcher. Ich nehme den Rocket Launcher. Ich nehme den Rocket Launcher anstatt der Armbrust mit. Tobias, wo bist du jetzt? Ich nehme den Rocket Launcher. Beim Roten Heißle. Ja, er kennt schon. Er geht es im Roten Heißle. Kann man jemand helfen, bitte? Im Tag gehört auf den Schotten. Beim Roten Heißle. Der ist verrückt. Top 3. Hey, was ist das? Ich sehe... Ich bleibe da ein bisschen... Tobias, okay. Ah, ich habe Spaß in der Sonneuhr. Boah, Alter Leon, schock mich doch nicht so. Echt, du? Ich kriege ihn auch innen. Warum? Ja... Ich bin so ein bisschen geschehen, Alter. Ich bin so ein bisschen geschehen. Ich bin so ein bisschen geschehen, Alter. Oh, Mann. Es ist so ein bisschen geschehen. Da ist auch ein bisschen geschehen. Die Seite ist praktisch süß, Alter. Und da ist noch ein paar Kiss. ja natürlich one shot bitte wenn der typisch so one shot die handen gekillt machen kommt an weiter was viele aus war aber dass nicht einfach gegen den goldenen fast ich bin einfach eiskalter medizin was geht der alles? du bist schon so medizin wer braucht medizin? ich ja jetzt das kann kein Mühe was da vor mir liegt was das kann wer braucht ich hab selber einen ich hab noch einen Aua 3 Punkte die scheiss zombies 3 Punkte 3 Punkte warte noch wer big is ja 2 na kriege Johann bitte oder 2 ja lass es hier alle song wo seid ihr auch noch? ah alter die zombies oder Jan Trumpet aber du wirst jetzt mal wenn du das machst wir haben noch 2 Gegner das wird nicht kriege den kriege den danke bitte achso die wichser ja von mir Gegner ja ah der hat fette wo ist ein Gegner? der von mir ja also michi krim lasst zu denen um mich ja halt 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 du schaust hey mach wir müssen achten wir jetzt am 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 an Ihr habt zwei Kills, Alter. Alte, und die haben nur einen. Ich kann nicht schauen. Ich bin noch mal so. Wie viele Kills hast du kein Tobias? Alte, ich warte. Tobias hat nur kein. Ihr habt zwei Kills kein, Alter. Übelst viele Leben gerettet. Uhhh. Herzlichen Glückwunsch, Aksharon. Das ist ein Wortschraubiger. Ich kann nicht. Ich finde mir ein Indie-Eier, Alter. Super. Ich bin ein. Okay, halt. Arschloch. Arschloch. Ich will was von mir. Das ist doch, der will was von mir. Wer? Sauber, Alter. Vier Punkte. Alte, in einer Runde vier Punkte gekostet. Das ist keine schlechte Leistung. Nein. Da gibt es die Kills und nachher noch die... Episch, ja? Ja. Wir möchten in der Runde fucking vier Punkte gemacht. Wenn wir es jetzt jede Runde machen, dann haben wir eine Auszeichnung. Easy. Und auch die Runde kommen. Die Runde war auch voll lustig, gell? Das war die geilste Runde. Wir fahren auch mit Quartum. Ja, ich verrege fast an der Zone. In einer Runde. Hör mich, bitte. Für dich mit einem R... Mit einem Ritz... Mit einem Riss... Mit einem Riss. Mit einem Riss... Die Hunde lachen sich da neu, Alter. Wo landen wir? Wo landen wir? Jesus. Okay, buddy. Jerusalem. Was ist das Name? New York. Split. 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 Ich warte, wir haben das nochmal in die. Na geil. Ja, geh auch noch mit. 1, 2, 3. Wie hart kommt die Füße ab? Vier. Wie hast du hart gehört? Ja. Leuchtendes. Ist eigentlich bei deinem Spiel da. Ist das vielleicht bekämpft? Oh Gott. Nein, das ist von Rockstar. Ja, ist schon. Lass mir die Küche, bitte. Alter, fick die doch. Wo muss ich einhauen? Schnell bitte, schnell. Ja, spring weg. Oh, noch noch. Zieh mich. Hilf, schnell bitte. Was? Schnell, ich bin nicht. Nein. Boah, danke. Er ist One-Shot. Hilf mich, hilf mich, bitte. Na, jetzt hast du gut gemacht. Tobias, bist so geil. Hä? Bist du Tobias? Hä? Hä, Tobias hat die Küche schon geöffnet. Was? Ja, und? Hast du ihm gedacht, dass... Ich bin so scheisse inkompetent, Alter. Ich bin so scheisse inkompetent, Alter. Ich bin so scheisse inkompetent, Alter. He? Was ist denn immer beleidigen? Ich habe mir noch nichts getan. Hey? Sprachenlernen, bitte. Ja, ähm, na. Ha! In a Kill. ак! Sack! Das muss ich a Kill machen! Fuck this shit! Dann kann ich nicht schütteln. Verletzt mich so gut… Fuck this shit! ja wart bei mir liegt bei mir liegt der blaue bei mir liegt der blaue leon hast du schon blaue halt doch mal zum dörpen die war fast fertig alter Ey! Hahaha! Mach, f*** dich doch! Warte, du das nochmal, ich muss ein Video machen. Er hat keins mehr! Aschloch! Lass mich in die Tasche, du bist so... Kannst du dich machen, dass du laufen willst? Stell dich quer, Leon! Stell dich quer, ja? Ach, schade, super. Schade! Nein, verreckt dich! Spass dich! Kann ich die Tasche nicht raus, wie der Scheisse ist? Nur weil er spass dich, verreckt dich! Oh, hallo! Hey, hallo! So, so jetzt, oder? Warte, oder? Mhm, dir! Oh, Sau, Alter! Hilfe! Alter, der Wolken sieht so komisch aus auf dem Bild! Ehre! Entendet! Genomen! Sehr gut! Hilfe! Ah! 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 Hilfe! Klion ist so geil! Jetzt haben wir die vierte Locker. Ich bin in Rachel und Tobias. Ich bin in der rechten Zone. Und Rachel ist in der drückten Festa. Leon wollte in die Zone gehen. Rachel wollte in die Zone gehen, weil er auch Nachbar von der Zone ist. Und Leon war noch allein. Und Rachel ist in der Form von der Zone. Und Leo hat die Wand. Ist er geschoben? Ist er voll aus, dass er es nicht gekriegt hat. Du musst eine Kiste. Wer? Er ist gerade Kiste. Guck mal, Lege. Holt mich! Stopp! Halt hier. Die haben die Hand gedruckt. Ey, das verstehe ich jetzt. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ich hab den Kopf in die Hand gedruckt. 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 Ja. Hört doch auf Tobias! Was? Tobias! Was? Hey, jetzt mach einen Tank. Was? Hört ja. Wie geht's? Hey, hab der Kopf. Hört ja auf mich! Hört ja auf mich! Hallo! hallo jetzt so gewiss ist er nicht vertraut ob es aber mir sein gegner es heißt mongos alter es hat wenn er weg war da war da war doch im druck hat man aussen traf ich noch so halb stunden ich sehe nicht was nun bei ihrem schönheit schock gedruckten saftiger du mein sauer alter fickt die doch mal die fachschule so abweichen nahm ich so ein anschlag ich jetzt mal was schon der volk hier noch ein kopf wir sind auf berg Na, na, so ein Pinchoteng. Wow, Teddy. Donut, 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 donut. Das ist auch noch ein paar Dutschnicks. Raffel, Raffel, warte kurz. Hinter. Raffel, hilf bitte. So, Arsch. Was ist? Wenn ihr uns gelernt habt, dann ist es nie wieder, sterb bleibe, wenn du sagst, bitte bleibst da und in eurem Sohn bin. In ihr nicht sagt, bleibst da noch so zu. Die Leute können wir schon mehr halten. Das mit mir halten, was ich fast nicht. Ja, weil ihr Sohn bin und ihr auf der Mini-Markt gesagt hat, dass du gerade und gerade ein bisschen hinter mir bist. Ja, und ihr wisst, dann hast du gegrüßt. Na, weil die Schießt hat die höchstwahrscheinlich Herr. Die Scherl, Alter. Ist da gerade Tipps. Achso. Und Miri. Schmeckt's? Mhm. Na gut, Marc, 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 Salz. Ich habe die selber gemacht. Die Chips oder das Salz? Was hast du selber gemacht, die Chips oder das Salz? Gibt's irgendwo Quater? Ich bin so Quatt, Alter. Quattfahrer. Ja, mit Tobias. Ja, ich bin ein Quattfahrer. Ich bin ein Quattfahrer. Ich bin im Opelfahrer. Gut. Ich bin fast Quattfahrer. Was? Ich war auch Hänger, ich bin ein bisschen schnell von Kuppeln gegangen, weil ich gedacht habe, gleich wie normal, oder? Das ist dumm. Kommt ums Becker lassen. Ja, tue ich doch auch mal. Mit O-Hänger geht's doch nicht. Wer war denn da schon schön? Ich sag gar nicht so schön schön, oder? Der auch Gegner. Er tanzt auch. Voi wie sein? P registriert die hint Milliarden pflicht. Ich habe den kraft. Typisch h point Еще so einen Komp col amo. Typisch hints. Also didn't make it. Und mитель her. Hier. F**KL woher? Ich hab ein hau Horror. Der hat mir grad richtig gedacht, aber ichS jetzt wo? Ich glaube ich von oben. bei mir bei mir die gewahrlin sind da und das war das alter hat man so hart vier match ist vier punkte Schallpunkt meint Aline. Mechaline. Vorwarten. Wir haben ja gar nichts, ja? Richtig, genau. Sagt ihr das Name nach Kanera, der Stream sagen? Kann ich jetzt auch sagen. Was, Sorge? Hey, Rabeck. Ihr Stream, dass du das gesagt hast. Egal. Kennst du die Aileen überhaupt? Hey, ich cool. Ja, eben. Deswegen juckt es mir eigentlich. Ja, alter. Michi! Mhm. So, komm mal, runde Spielwiese. Ah, jetzt. Du, wie hast du das? Ja, dann auch. 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 Du, wie hast du das? gonna auch. Ja. Und du bist? Ja. In meiner Hosentasche. Ich habe den Mund gehalten. Ich habe einen Riss. Ich habe einen Riss. Hast du noch nie einen Rift gehabt in Fortnite, oder? Doch, aber noch nie einen Riss. Ich habe einen Riss. Du Trottel. Ich bin eigentlich ganz behindert. Ja, ich habe schon. Scheiss, Albano hat mich gekillt, Alter. Leung schmackiger. Jappi! Kann er bitte was connecten, Alter? Wer fängt von Jappi-Story? Gar keiner. Und jetzt kommt der Maid, du bist glücklich. Ja. Zeit Moment. Leung, du hast die Jappi-Story. Ich wollte so ein Sieg machen, aber egal. Suicide. Wieso hast du nicht gleich alle drei hingewurft? Mach ich mal Lola. Ich bin voll geil. Ich bin voll geil. Ich habe brutaler als Video. Okay. Du hast es, du hast es editiert immer so langsam. Du hast es. Du hast es editiert immer so langsam. Du hast es editiert. Du hast es. Du hast es. schade jokolade mit mitgeladen mit spielwiese wir sind zu viert deswegen genau deswegen bist du sogar soviel spielt das sagt sogar so viel besser wie du aber vorher nacht oder vornacht der 28 ist hat nie 26 jahren warum die ganze zeit wie idiot oder auch mal haben die sogar getroffen das muss selber zugeben machen ohne respawnen bleibt die monz der was respawn der muss ja der muss aber abgeben es ist ja von nummer aufsammeln also wenn das karab ja aber man darf heute selbst morgen machen weil du kannst du dir einfach aufbauen dann einhüpfen na es geht noch mal falsch aus. Ja, das ist wirklich ein Falschirm. Ja und trotzdem kannst du, wenn er nicht öffnen ist, kriegst du trotzdem Falschare. Ah ja stimmt, stimmt. Also ohne selber umbringen. Ich bleib Team da. Ja. Ich geh Team 4. Was tust du? Michi, was tust du? Ey, mein Tablet ist leer. Unfair, unfair, ich kann nicht mit dir. Mein Tablet ist leer. Schau auf Tablet, hast du nicht gecheckt. Momentan suche ich mir echt auf Tablet. Ich bin für Spacht. Deswegen ist es zur Zeit, dass du so scheiße wirst. Nein, ich habe es nicht zugenommen, du bist jetzt scheiße. Oh, ich darf auf iPad. Jetzt siehst du, was scheiße ist. Ich finde dich super toll, egal auf was du spielst. Ich finde dich immer scheiße. Ja, okay, das respektiere ich, wenn du das sagst. Ich will nicht, dass du mich jetzt auseinander nimmst mit oder ohne auseinander. Ohne auseinander. Das ist halt immer noch leer. Nicht auseinander. Geht's instant los. Ja, wieso spielt das eigentlich immer ohne, also als Checkrede. Ohne, also Slurpers ist es ist effizient. Ja, aber ich weiß. Ich bin nicht mehr bloß. Ich bin nicht mehr für Sie. Ja, jetzt den Ausdruck. Ich bin nicht mehr für Sie. Ja, das ist so. Ja, ja. Ich bin nicht mehr für Sie. Ja, das ist so. Ich bin nicht mehr für Sie, das war es nicht mehr für Sie. Ja, das ist so. Und responde so bindung da wo man die mädchen und machen wir ohne und endlich lang fallen man es ist wurscht ja man kann sich ja nun endlich fallen holt es ist so behindert wenn man die bus band so wenn man fein durst ja junger simon holt sich immer am auffang 200 fallen und dann werden in seiner hausse nicht klatscht das ganze haus so wie er soll aber wir sind ja ja burscht ja ah Tobias das war Leon ok das hat ihr da drunter das hat ihr Grafisch ja ja das hat ihr Grafisch na Leon nicht töten nicht töten äh Leon will äh Michi will schauen jaa so ey Michi wollt schauen Ist mir wurscht, dass Michi will nicht passen. Ja. Da gibt's beim Tunnel, beim Tunnel, da hinten gibt's ja noch weiter. Ja, aber da gibt's gratis Fallen. Bouncepacks dann schon gratis Fallen. Ja, was? Eigentlich von 128ern. Dumme Sau. Ja, lass nochmal. Nies. Jetzt kommt er von Seiten wieder. Ja, Moin. Nies. Wird los. Wird los, wird los. bei einer gratis automaten gibt es nix besonderes alter sich das kann ja goldenes kanu gold nachher wie das sicher mal jede runde der rest ist nicht so geil für mich Da kommt er wieder. Wenn er linie ist. Keiner. Vielleicht schaue ich durch mich. Ja, einfach krass. Was ist denn der Sprite? ja ich wollte gerade wechseln ich glaube ich darf mal wieder da vielleicht sogar noch alles so schlecht weil die sehens wand editieren kann ich habe gar nichts mehr gesichert und der schossbeugel zu fett ihn gar nichts mehr gesichert du bist so fett wie mein schwanz ja wahrscheinlich also lernen willst du jetzt mal teamwechsel oder wechselt nein was wir wechseln aber nur 25 kp ich wechsel aber nur 25 kp gibt kein gegenstand schweinwerksteam bist du ja keine ahnung da warst du gerade ich hätte kümmern können ok team 3 war frei der scheiß lieber du hast wieder dein behinderungstempel wer so durchzieht ja du schwein ja du schwein ich bin ganz am rang fest das schiff die schon gerade das hat er mal die feine sei blau gewiss ich schwörst du dir fallen sei blau bei mir du wirst du hast du gesetzes voll und halter was du wirst doch dass du dir selber gesetz hast du trottel ja aber sie war der blau ja jetzt jetzt sie habe ich dort sind gestocht die nume selber setze ich alter trottel boah fucks hat mir fast bezahlt eingebaut ja was baust ist hier klick du scheiß wichser du voll arsch er geht durch meine wand durch durch meine wand kannst du nicht hören ja wahrscheinlich ja du bist doch ein bugger alter ich bin doch noch ich spiel die da oder du Behinderung 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 Was Behinderung du Idiot Sack Na Behinderung weil du nix hattest keine Power Wenn du Largen » diablos« «hahaha », » du bist hier » » » » » ja das ist das war bei mir und an die nacht so alt wird er an die ich bin gerade so geklatscht alter und davor mal drückt immer noch drei hitze wohl schießt war schlecht hat so haut hat mit meditieren Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh. 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 Schwarz address code. Say shape space. No. I to the far. Look my feet. Hey. Ja. Ja. Genau. Ey. Ich bin da. Ey. Ey. Ich bin da. Ey. Ich bin da. Ey. Ich bin da. Spacely. 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 Hallo. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein. Ja. Schwarz. Ich bin da. Ich will nur zwei Sachen, dann kann ich noch nicht in den Perl switchen. Was ist denn, Mann? Wenn ich schnell mal Pounds... You know what I mean. Was ist denn, Mann? Was ist denn, Mann? Was ist denn, Mann? Was ist denn, Mann? Wir haben gerade Seitenfalle gebaut. Was? Minute! Hast du mich getrattet, Leon? Ja. So. Das war Michi. So, und das ist jetzt voll. Und sowas sehr wohl. Was? Was? Ja, scheinlich! Du scheiß Spiel! Trap, doch mal, doch mal, doch mal... Da ist nicht. Digga, wie viele Falle platziert denn im Haus? Ui. Ja, genau. Ja, du lächelig, Alter. Du hast wieder so Lack, Alter. Ja, platziere noch mehr. Alter, aber mir lagts. Alter, welch spassisch. Das mit Maschine bist du leer. Mir lagts. Ja, Alter, was ist das? Ich dachte, ich blieb ich voll in... ... in Hedyshook... Alter! Ich kenn dir einen jetzt doch jetzt. Ist das sauer. Ja, 5 HP, oder? Ja, eine Crossbowme haben den gehabt. Ich hab mir eine Crossbowme schlappt. Jetzt auch. Man, was ist das, Leon? Warum bist du hier drinnen geblieben? Ich suche ihn gerade, Alter. Da. Absicht 2. Hä? Sauber! Was? Das hat Stepper Leonid. Ich kann die scheiß X-Taschen gedrucken. Schnell geht es jetzt. Die geht nur langsam. Ich schieße die ganze Scheiß jetzt mal neu. Rafa! 2, 5, 5, 7 kills. Ja Chaos, ich kann jetzt noch 7 kills machen. Ja, was ist? Michi? Wo bist du? Michael. Ja, wo bist du? Der Dober, wo du dann alles eingeschlossen hast. Ja, das ist... Juuu, ein G. Wir brauchen einen neuen. Wir brauchen einen neuen. Du wirst ja gesehen, wo du heute besser wirst. Du wirst ja gesehen, wo du heute besser wirst. Du wirst ja gesehen, wo du heute besser wirst. Du wirst ja gesehen, wo du heute besser wirst. Nein, jetzt brauche ich dir bitte. Du wirst ja auch noch mehr frissen. Ja, f*** dich. Fast. Nacht. Ja. Nie…. Ja. Ja. Er war Bowie dann Go Come on Ja, er war's, chillin' Hey, okay now Wow. That moment. When Leon knew. He has a brilliant aim. Spot. Oh my gosh. Okay. Cheers man. So lecker nicht. So. Oh my god. Digger. Wer hat da keine. Ja. Ja ich sieht's das. Chill man. Chillig da. Das macht nicht gut. Hä Digger was. Was ist grad los. Ich denke so. Ich denke so. Ich denke. Was. Nix. Da redetet mir bitte. Okay. Na gut. Nix. Oh nein. Scheiße. Ich bin nicht. Hinter dir. Hallo. Beruhig dich. Beruhig dich Leon. Beruhig dich. Ich bin ja kein Mann. Wo bist du? Ah. Entschuldigung. Das geht wieder hoch. Ich bin nicht. She ist doch. Meine Fasen. Alter, was vibriert das so? Alter, was vibriert das so? Alter, es geht anders aus, oh mein Gott! Ja, komm, bau doch so viel wie 12 jährlich so ein Bauer. Wie steht Tobias da oben? Es war so ein guter Anfang gewesen, alter Tobias. Du machst alles wieder hin. Wo ist denn eigentlich Leon? Keine Ahnung, wie irgendwann Leon ist das, was ich da oben gebaut habe. Leon und Michi. Welch hat 101? Hey, das hast du dich gleich wieder geholt, alter. Welch hat die 101, Robert? Du hast dich als 90er Automatiker. Nein, hast du dich als Automatiker? Doch, das zeig ich dir sogar, wo auch nicht. Ja sicher, paar Tankstellen gibt es einen Automaten. Das hast du mal jetzt. Vor companioner. Du hast immer Spaß, dass die Wettbewerden sind. Hast du immer Spaß, dass die Wettbewerden sind in Frieden schon. Kannst du nicht weiter tun? garage hättest du ein automat ja ich mir egal rafael oder automatisch wohl zack schon durch sie treu oder doch mit launch oder doch die ghr kann auch keine Scheiße, ja. Äh, ich benutze, Aprika. Hä, ohne Rocket Launch oder nicht? Digga, komm! Komm, komm Digga! Ich drück, ich drück, ich drück! Nix, nix! Ich drück, ich drück! Ufff... Schöp! Ah, ich drück... Was? Ich mach' besser den Tode. Was? Was? Ja. Ich mach' besser den Tode. Was? Ich schau' mal so. was hier ist mit dem duch gehen das hat dann falsch platziert das hat jetzt so viele haupten da lag man es dünner ist nicht so auuuu what the fuck Fick die Leonie, haste ich. Ich mag die Leute. Ich hab's gerade gesehen. Tobias hat... War das ein Headshot? War es? Was ist hier? Ja, was ist hier? Ja, 110. Wahrscheinlich viel Leben, oder? Haben wir doch noch eine Raketenwälfunktion, oder nicht? Nein. Ah, jetzt schiesst die ganze Zeit mit Rocket Lounge rum. Denkmal, die haben wir aber verboten. Kann ich sagen. Weiter mal sie verbiert, da. Ich hab' auch noch gesagt. Wies. Ups. Was macht Raffel? Wies. Was macht Raffel? Ich hab' meine Medik krieg' ich raus, obwohl ich gestorben bin. Was weiß ich, Passtich? ja bei mir hast du noch bleibt bei mir zwar wachstunde dass sie die umgebracht haben aber dass ich immer noch bleibt ja moin und los bruder muss fucking los rafael wo bist du eigentlich immer beim automat mit einer waffe ziehen kannst du gerne kommen wenn ich ja kann ich nicht aus du kommst mal raus zu Hause nein ist ein bauer das ist ich hab gern mal ganz schlecht hier gibt ein ghost keine ahnung ja kimi halt holo ja ja bei der mb Oh, die Erde! Oh, gar Arsch! Probier's schon mal Arsch! Ich habe euch jetzt noch... Wie bist du? Sag ich doch jetzt! Was hat er sich da hingebaut? Ja, was für gar Arsch, Alter! Es ist noch ein paar Arsch, du! Ich hab's gelernt, Alter! Ich hab's gelernt, ich hab's immer drin gesagt! Ja, können wir halt hin, Alter! Machen wir einen Rumpf halt! Dass ich ihn mit einem P90 wegsprayen lassen kann, oder? Ohne P90! Taktiklan, ihr blaue! Oder machen wir Pickhacks-Duell! Was? Michi, mach mal episches Spitzhacken-Duell! Oh, ich bin mit dem Trauer, Alter! Oh, Sau, Alter! Michi, mach mal episches Spitzhacken-Duell! Hm? Geht's kurz nach 7! Wenn man gegen die Fight ist, ist schon mal episch! Fünf! 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 Vier! Vier! Spitzhacken-Duell! Ja, das ist die Eidros, da hundert Fallerinnen platziert! Okay! Da, da gibt's Schick da drin mit hundert Faller neben sich, Alter! Ich hab nicht alle eine Vorfalle platziert, Alter! Nein, Lech! Ich hab's jetzt viel häufig! Ich wollt gerade Falle planzen! Na na! Die sind so ein Mist! Er hätte gesagt, er kann mich alle platzieren, Alter! Der Typ hockt ihnen einmal aus фähl mit Falle im Lagerации! F*** die, Alter! Es platziert da wieder gar nichts, Alter! Ich hab dich aber gekillt. Ich hab vorne gedruckt und platziert zuerst mal ein Dach, ja. Verfallen musst du nicht auf uns reden, Alter. Hey, jetzt haben die drei Sniper. Ich muss überraschen drei Sniper, Alter. Ich hab ihn doch aber auch ein Gäste. Du bist ein Sau, jetzt. Und er ist wieder doch mal gesprungen. Du kannst nicht nur durch die Spannung. Jetzt bringe ich dich um. Nein, 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 nein. ein leg gestart die gerade wenn wir auf dem baufeld macht doch genau ich bin nicht auf die prinzipien zentimeter weiter reinkopf zum unternacher grip fasser weil ist safe it war sterbt bleibt wo du da verfickte falle gebläst ich bin tot erzieht das schon wieder noch ein scheiß muschee alter mir aber nicht gesagt dass man das zitiert auf ja er kann ich habe keinen derzeit schon jack jack nehmen ich denke ich spiele ich bin immer mit andy und da denkt oder dass man es dann doch wieder ist doch egal sei dass die zeit weg weil man von oben drauf schießt die schule nicht durchgezogen alter ich bin nicht durchgezogen bin immer da ich weiß nicht wo du bist ich habe gerade auf dich gesnipet alter warum ist da überall alles verbaut man ja bist du ganz oben oder nein ich bin ganz dumm jetzt es ist ja Das habe ich gesehen, Alter. Ja, hast du das gesehen? Wir haben gerade die Eisenface mit den ganzen Fallen. Alter. Na, wo ich sie? Ganz oben. Na, ich leh und sagte mir vorhin getrappt. Ja, Alter. Du mal los. Dinge, wieso macht er dich so scheiße? Ja. 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 Wir haben da probiert, der Falle zum Place. Du hast ja gar nichts entwendet. Ja. Ja, mein... Mein Leben, ja. Dinge, welche Wix hat drei Sniper, Alter. Michi, Alter. Dinge hat so easy auseinandergenommen, da hat er ein Sniper. Ja. Ja. Schau noch, äh, entwendet. Ist ja alles noch nicht im Basis, weißt du? Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, ich seh jetzt von der Spass. Jetzt gehen sie Boden auf mich, oder? Und Raffel, stirbt nicht. Das ist ja schon wieder so lächelig, Alter. Doch, ihr Stülpi. Scheiss, Michi, ich kriege wieder den schlechtesten Kill, ey, wo es ist. Und dann wieder alles absterben wird. Ja, was kann ich da für einen absterben, Kind, Alter? Schlecht. Warum schlecht? Tschö, Mann. Meine Stülpi. Ey, ich bin aus der Power, Alter. Du bist so scheisse, Alter. Michi, du bist so scheisse. Was kann er dafür, Alter, wenn du einen Bouncer setzt, in dem Moment, wo er eins bringt? Er hat den Bouncer gesetzt. Nein, du hast den Bouncer gesetzt. Also, er hat den Bouncer gesetzt. Entschuldigung. Ich hab doch gesagt, eine Behinderung ist das. Hallo? Hallo? Hallo, Papa, wir sind zu. Nein. Geht doch also. Ich hab doch gesagt, die habe die nicht zu klären. Ja, der ist ja alles zu klären. Alles klar. Das ist ja passiert dann. Die sind alle drin? Tobiah, ich werde die nicht zu knallen. Tobiah, verruhe dich doch. Sie schreit nur jetzt. Sie schreit nur, wenn sie losfällt. Tobiah. Die Kette, ich Mayan habe, nur die Haar-Frisse gemacht, okay? Der wer baut, dass die Übel ist extrem hart. Ich! Wir haben ein Herz. Ich bin der Toll-Haut am Live-Slawing-Halter. Schöne Co. Digga, was hast du da gebaut, Digga? Hallo. Pssst. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit. Ja, was? Ja, okay, Raphael, der scheiß Nooblack wieder. Halt's Maul. Das war einfach ne Taktik-Leiter. Ich tu mir so dann noch auseinandergenommen. Das ist mein'n Alter. Ja, ich fülle jetzt ne Media auseinander. Da Kim! Da bin ich erst. Was? Scheiße! 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 Und jetzt? Oh! Und jetzt? Oh! Also, wie viel Leber hast du eigentlich nur Cutler? Ah! 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 Die eine dann komplett zerstört und Tobias, du hast glaube ich niemals mehr volle Leber gehabt. Was? Scheiße! Laser weiter. Das lasert mich so zusammen. Ja, vorhin tonnen, oder? Du wirst voll Dagi genannt. Was ist wieder so Nooblack? Krap. Wie so Nooblack? Wenn du den Tup-Tup schon niederlässt. Das ist verrückt ja immer, Alter. Na! Wie viel Leber hast du noch? Ah! Scheiße! Bei dem verfickter Baumenü drin wüsst. Wie wollte das scheiß Trapperbauer? Ja! Wahrscheinlich Leon! Es geht doch nicht! Ja! Ja! Du bist so ein Lackereiter ja nicht vor in Eichschuss, dann ist Leber nicht so hart! In Eichschuss. Ja, ich habe ihn vor in Eichschuss, dann bist du kein und dann hat ihn am lieb. Ich habe ihn am lieb. Ich habe ihn in Eichschuss. Ich habe ihn in Eichschuss. Er hat mich nachher gerade noch gekriegt. Kriege bitte ein bisschen Moni, bitte Leoni. Ja, ja, lass mich nicht. Schneiden, das wenig! Für? Stock an. Jetzt hat es in Eichschnauze. Haha! Scherz! So viel! Alter, ich habe sie glaube ich nicht einmal gekriegt. Ich habe doch zwei Schuss. Ich habe sie gekriegt. Wie viel? Ohne. Kriege ich nochmal was, bitte? Ich habe nur noch vier Schuss, Alter. Ja wahrscheinlich, wie viel Leber hast du noch? Ich habe wieder abflübeln so abgeschrackt. Lea. Lea. Tod! Lea! Scheiss. Wer du tötest jetzt Raffelin, bringe die Lea. Ja, ich stelle in der Augennummer. Ja bitte Tobias, bitte, bitte! Ja, danke! Ich habe nur noch voll in den Luft ein Headshackett. Ja, Alter, ich kann nichts mehr machen hier. Nur einen Shotgunschuss. In der Augen geht nicht was. Ja, in der Augen habe ich schon wieder verböllert. Das war der Noob. Halt's Maul. Nur weil es dein IQ ist, Alter. Nur weil es dein IQ ist, Alter. Hä? Ah. Ah! Alter! Gleich wie da, wie man sagt hat, ein IQ von einer besoffenen Eichrund können. Oh, oh! Gut, jetzt habe ich wenigstens schon mal wieder 24 Schluss, Alter. Geht doch halt auf den Wias! Der ist weg, Alter. Der ist weggeflogen. Ach so. Alter, wie gerade den Rass erneut genommen hat. Ich habe ein paar Minimunition. Wir haben keine Minimunition mehr. Ich habe ein 7-Stück. Ich habe ein 0. Ich habe ein 200. 1. 7. Und dann gehe ich vor einem Pushti gerade. Wo? Ah. Da wir... D- 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 Nein! Ich bin... Sprachen lernen, Papu. Mann, immer schalt sich mein Handy aus und irgendetwas zu machen, scheiße. Fakt doch schon, das war abbald. Was? Sprachen lernen, dann. Hey, Fakt! Du hast doch gesagt, du willst das Clip-Moder, wo er mich mit der Boogie-Bomb die ganze Zeit... Also, du willst ein Video von dir machen, wo Leo mit der Boogie-Bomb die ganze Zeit so geklatscht hat. Ja. Ja, Leo hat sie auf dem Stream und dann kannst du streamen und dann Bauerns-Nachlage. Ich war... Ich war wieder auf Mega! Hilfe! Das war's! Und vorne habe sie unendlich Metz, Alter. Ich habe gar keinen Metz, Alter. Seit einer halben Stunde nochmals. Ja, ich habe auch keinen Metz. Seit 10 Minuten nochmals. Hey, ich habe Schritte. Aber ich wusste nicht. Du musst so, Alter. Ja, das ist... Leon, das ist so ein Absauger! Ich gebe mir 160 Hälfte und Leon kommt in den Skies sammeln und wirst du tot. Das wär abschalt, aber du bist von Recht, du Spass, du. Wieso keine CS sind wir so weit einfliegen? Mit den Rundtestern fällt schon mal ausgelöst, Alter. Ich muss ihn schon voll weit oben. Schrei mit. Nein, schalte die Pärs. Du wirst nicht immer das ausschalten, Alter. Wer hat gesagt, du sollst ausschalten? Ich weiß nicht, Alter. Scheiss Leon, Alter. Schell, wer hat gesagt, du sollst ausschalten? Keine Sache, dass sie ausschalten sind. Hat deine Mom gerade gesagt, du sollst ausschalten? Scheiss Noob. Oder wer wollte... Wer wollte gerade sagen, dass du ausschalten sollst? Keine Sache, dass sie ausschalten sind. Ja, chill mal. Bitte mir gleich. du bist sauer 2 minuter ja von ihm war schlug von der hau von der trottel schweil du meinst du meinst du bist ja ja was ja da ich mich so scheiße noch so viele reinboten also sei mich scheiße bis connected wie so gäste der co wie so ich hab gern monika wieder kornegeber ich ziehe das machst du dir so ein lacherlacher na stopp raffel gib mir schnell shotgun am muni munition bitte so kannst du mir ja nachfliegen scheisse in der fall schon mal aufgekriegt tot komm zu mir ich bin dahinter ich gebe dir aber tipp geil kann das mini munition bloß ins gesicht gelieferen das ist ja geil, nein schau den hinten an da, warte nein, ich habe ihn nicht mehr also zieh doch ihn durch sag gerade der was durchzieht du muschi alter. du ziehst du ihn durch, wenn du rauskriegst. ja zu mir sagt schell immer ich bin ein muschi alter und dann ziehe ich den seil durch. ja und es juckt doch nicht. mit der waffe ich schiessen. für welcher waffe ich da gerade munition? ja du musst nachladen oder wie soll ich nachladen? du brauchst mir nix begründiger. du bist nur muschi. du bist fett muschi. du bist fisch. als maul. als maul dubias. als maul joel. haltet doch alle, alter maul. du hast gerade, dein krieg, keine ahnung wer es aufgeschossert. дорог�� ist mir verrägetas. ja einruckrott. ja ein hatchrott. kom receiving ist ein hittiges! Du bist dumm, Saukribbel, ich verpisse dich aus meinem Leben. Ich tue dich gar nicht so, du beleidigst mich jetzt, Mann, was bist du für offiziell Schwein, he? Ja, was ist Schwein, ist das kein Schimpfwort, he? Nein, das meine ich in höflichem Anredenwort. Anredenwort? Sprachenlernen-Tage? Ja, Sprachenlernen-Tage. Das hat kaum eine. Ah, eine Spau! Raffel? 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 Was willst du? Erend, wenden, was willst du? Kann ich mir! Raffel? 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 Ja! Ja! Raffel? Kann man nicht mehr! Lul! Ja, wahrscheinlich gibt er mir zwei Headshots, gell? Nein, ich habe gar keinen Hedgegett, volle Lüge. Ja, genau. Jetzt brauchen wir einen fetten Maas, Alter, Blasmoor. Verzeih, dass mein Mann war. Scheiss, 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 scheiss Noob. Scheiss Noob. Scheiss Maul. Scheiss, leon schieß immer auf mich, während die ganz langsamer weiss ich schlafen. Du gehst immer in, da bin du nicht mehr sandet, du Behinderung. Ja, sorry, dann war das halt diesmal schon. Du bist sauer, du grüppelige Wurz. Im Moment. Wie können wir noch super viel Pech haben, Alter? Das ist der Lacher da drauf. Alter, ganz gediegen ist mein Tschak Tschak am Fressen. hat er gefragt ob du dann sagt er kann ich hier die war gerade da jetzt muss kein mal auf der spiel Ja, wenn ich so spiele das gesucht habe, woher ist er jetzt im spiel? Woher, die Stunde ist ja vorbei, gell? Fällt? Ja Ich weiß, deswegen habe ich mir gedacht, der ist jetzt so schlimm Gott mein, das ist zum grande finale Ey Italiano Ich habe gerade einen tschak-tschak gesucht, dass ich den Namen lege ich Nein, nein Ja Oh Ja Oh Gott Oh wie ein Das ist ja Wie ist das? Was das war? so 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 Er bleibt für die Völle! Scheisse, ich bin schon dabei. Scheisse, ist das halt verdient, Alter. Jetzt musst du halt... Bitte würd ich feucht mir, weil der Specki da ist. Hast du ihn geschifft, oder? Ja, warst du wieder für hinten, oder? Null! Ich bin das Spiel jetzt sehr fit. Wir! Ich bin so doof gewesen! Ich bin so schlecht! Haha! Zeig sogar, er sagt zuerst, ich lacht dich! Haha! Boah, Alter! Tobias hat sich grad voll beleidigt! Ich bin so schön! Und du mein Ludel! Parada! Du mein Sau! Hey! Ich will doch jetzt sterben, meine Güte. Ich will doch nur... Ich will doch nur... Ich will doch nur... Ich will... Oh oh... Ich bin doch... 50 Zins einfach. Easy, oder? Das ist jetzt alles so scheiße. Ich bin 50, gröss. Genau 50. Ja, ich muss aufhören. Ciao. Eiz M... Diese bottigじゃない. Ich will dann so lange... das Spieltage, wie du willst. STJs passe ich hier mal! Ja, wahrscheinlich. Egal. Es ist so scheiße. Ja, Alexa... Ten Application... Ich sing Alorsesiantes... Mach, jetzt geht die Scheißraffe. Geht, was tun wir? Team oder? Squat. Da, die Zombies. Muss du dort zur Schule? Schlecht sein. Oh, look at this. Oh, whoa, look at ça. Oh, no, 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 no. oh es läuft schon wieder keiner zu, das macht schon wieder grausig. Das ist doch egal. Das ist schon wieder so. Leon. Ja. Und wenn du weiter machst mit Leistung ein bisschen, zwei Jahre hast du sicher noch schon zwei, drei tausend Jahre drin. Jetzt nur sechs, zwei, drei Jahre. Was? Weil so weiter mache ich noch in zwei, drei, zwei, Nummer sechs, zwanzig. Reppel-Cresher. Jetzt geht es nicht mehr, was? Jetzt muss ich wieder so schwitzen. Alter geil, sie geht gerade so richtig drauf, Alter. Alter Rebecca, schau dich, jetzt muss ich schwitzen. Ja, der wäre eine Frau da. Geil. Jetzt bin ich wieder happy. Ich bin wieder so glücklich. Ich bin wieder so glücklich. Was? Was schon kommt. Ja. 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 Ja, da, da. Da, da, da. war durchgehend da als der ehrenfrau keine ahnung in der wunde ja und du hast liegen sie die brüche was Was? Au. Ah, oh, er kennt. Patsch mal. Nein! Er hat mich mit dem Armbrust in der Ranch sah. Nein, mit Maschinen bist du nicht. Ah, super, du weißt nicht. zum glück kommen ferien hat so ein zu kompograf ein schulgert ich bin hier vor der kraft sie gibt voll gas von 30 mit wahrscheinlich das hat sie mit dem fahrzeug stellt oder hat da zwei spät oder hat weil sie ob ich schon immer bei meinem haus hat zwar von ihr foto wie lange packt dein boni? wieso? nur so selina ist ja schon der oberkopf ja ja ok wenn selina ja und glaubt es lief ein bisschen mehr als unterkennen oder so äh war jetzt glaub ich zu Gott von 100 so hast du in den oberkopf mhm so 80, 70 geht sicher gut ja speckle rein so grusstwärziger übergrusstwärziger wieso ist das jetzt 100 oder 200 äh ja 200 was ist das 100 ist doch zu dem färziger gar nichts jetzt auch damals oder ja 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 ramba zamba gut in du dich Wobei er mich mit der Erkenntnis gewohnt hat. Hast du den Brücken? Hast du den Brücken gerade nicht getroffen? Wo bist du? Schall! Schall! Da ist jetzt schon. Schall, bitte. Schall! Da ist gut. Schall! Was heißt ein Hohler? Was ist denn jetzt ein Hohler? Na, oh Gott. So ein Sacksschnackel. Schall. 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 Ich denke, die haben gebleibt, oder? Ja, ja. Der Push. Fuck! Achtung! Der ist ein Plumpel. Kein Ei. Tuck. 30... zum Schluss hast du 20 kills gemacht, Alter. Was laberstöhn? Ja, was laberstöhn? Mein Stärker hat 20 kills. Das hört sich mit an. Der ist 11 grad. Ich spaz. 4 Minuten Ghetto ist Freitag, Fortunats. Oh Gott! Lama! Ja brav! Genauso wie das aussieht, so sieht das in ihrem Pondio. Ich geh da nicht mehr so durch das Pondio. Das Pondio muss auch sich gehen. Ich geh da dir mal. Ich geh da nicht mehr. Ich geh da nicht mehr. Du bist schnell. Du bist schnell. Ich geh jetzt mal. Ich geh da nicht mehr. Ach. Wenn ich ausfülle kann, entweder rette die Welt oder Battle Royale, noch weniger, dann steht bei mir immer Solo. Mhm. Dann krieg ich eine Solo, ne? Ja. Komm jetzt schon mal so Lauf direkt. Boah. Boah. Du musst jetzt aber wieder im Speichel. Oh. Komm rum, hast du Fuss? Na? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö beim kaufkrieg nehmen das als beispiel sie sagte sie mir als mauliger hast du bereich mir wer verleidigt da wollen das hat voll idioten sagt es ich so zur ambulanz das wird schon ambulanz da liegt der städte lama und so kann es nicht öffnen ja Jaa! Schlag, Mini! Schlag, Mini! Oh, schlag, Mini! Jaaa! Leon hat die ausgemacht. Er ist so dumm. Er läuft Granaten und tut sich selber rum. Er hat die ausgemacht, Röberlin. So haben wir das gleich. Ja, er hat ihn aufgemacht. Gib mal den Big Shield, Ich will dir in wenig erleben. Dein Verzeih zwar. Du Fies. Geh mal an, du bist so arsch. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. Schau doch. Schau, schau. Schau. Es läuft doch schon. Ich schlafe bei dir. Wieso? Lama ist kein Kind. Das Lama ist kein Kind. Mhm. Was ist kein Kind? Ist was? Mhm. Schau, ich weisse. Ah ja. Ja. Das ist ja von vorne. Oh. Fette Sau. Gibt es her. Ja. Okay, Mann. Ich meine, ich bin so ein Arsch. Ja, gib mir so Schmähle. Stopp, kein Wechsler. Okay, Mann. Guck mal. Du bist so ein Arsch. Ja, ich bin so ein Arsch. Ja, ich bin so ein Arsch. Ja, ich bin so ein Arsch. Ja, ich hab's. Ja, knaff' schon. Jetzt geh oslow, den ruf. Ja, ich riech's. Ja, ich riech's. Mann! Ha, jetzt kommt der Schnummel noch, hehehe! Ey, das ist ein Schiss, wenn der Wind ist. Denken wir, dass es aussieht! Ich bin mal nicht so gut drin. Leon gern, du musst selber gern das. Leon gern nicht so... nicht so gern. Ja. Machst du eine Brauheit? Ja. Die liefst nicht. Wohin? Wohin? Ja. Ja. Wohin? 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 Ich glaube, das Lama hält die das reißgleich auseinander. Das ist Lama! Ich hab das reißgleich auseinander. Wo ist das Lama? Leck mal Leon auf die Funo, wenn es nicht. Das reißgleich ist es. Das reißgleich ist es. Ah, das ist der Lama. Einer knocked. Wohin Schalter da war. Da war. Wo ist da einer? Auf dem Dach! Da ist es nur Ronald, sei vielleicht mehrere. Oh my god! Got him! Got him tonight! Mit in der Luft! In der Luft! In der Luft! Ich hab für dich was default hübsch ist. Cool. Oh Reut, ich schick dir die Nummer an. So ein Idiot. Ciao. Ich bin Reut und ich bin hier von Fachstrahl. Reiko, was machst du gerade? Ich bin leider gemacht. Tone. So weit ist das Dach? Ja. Oh, was? Ich weiß, dass man falsch verleiden. Meid oder noch nicht? Ich sollte meid, wir machen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich schick dir die Nummer und schau dir die Namen an. Ja, ja. Ich bin hier. Bei mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du hast gedacht, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Tschau. Happy New Year. Oh ja, entschuldigung. Ich bin hier normalerweise auch schon. Hey, als es jetzt schon nicht mehr hier was. Hallo? Da ist hier ein Caber. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Hey. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ich werde die jahre so schau ich nicht fehlen hat irgendjemand jumpet ich möchte sie raus voraus gehen Ich habe das für mich. Ich habe nur noch 80 €. Probier's. Ich habe das für mich. Was kann man? Nein. 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 Mann, wieso? Warum? Weil ich muss weg. Weißt du was zum Bauen, Leon? Leon. Hey Klein-Motor, da fällt doch nicht. Ich bin unterwegs, ich bin ja letztes Mal. Scheiss-Fan-Islamer. Es connectet nie an was. Echt slow. Ich habe schon viele Zombies. 1 die die war kein 1 digger 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 mal Was ist das? Oh ja, haltiger. Mach! Oh f***, schau, das geht ab. Ja, eine Tolle, eine Tolle, eine Tolle! Alter, wie weit ist das? Achtung, ne? Ja. Mach! Wo seid das? Leon, hast du hier? Ah, ich hab das. Ja, mach! Obenlängst! Obenlängst! Haben wir an? Was ist das? Wuscht er? Ich hab alle. Da ist noch einer. Nein, ich hab alle. Ich hab alle, ich hab alle. Ja, ich hab alle. Das sind nur drei live, zwei live vor mir. Ah, pass! Oh, oh! Oh! Scheiss. Leon, warte auf mich. Kind in die Zone schon? Ja, leck. Welchen? Ha ha ha. Ja. Schießt du nie, oder? Ja. Oh, oh. Alter. Probierst wem du zu, Leon, ja? Mhm. Ich kann mal wegen der Hit-Shooter. Ja. Wie ist es? Meultur. Hä? Es gibt nur 10 Leute. Oh, oh. Was ist das für Wichser? Vorhin, sei Gegner. Ich hab Scheidt. Vorhin, sei voll viel. Hanna und Knock. Das wolle nur runde Quatsch haben. Weißt du, wie geil war so eine Moppe? War auch geil. Da, wo du so mit irgendeinem Scheu-Stick kontrollieren musst. Jetzt weg von mir. Alter, was geht da grad ab, bitte? Leon, vor mir, zwei live. Nein, nicht zu viel. Hey. Oh nein, da steht der Ultra-Rub. Stopp! Wer kommt da? Was? Die kam ein Hei, Schmido! Danke!